Hey, ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls V Skyrim. Wir haben ja beim letzten Mal uns um Cicero gekümmert. Der hat ja, wie ihr wisst, die dunkle Bruderschaft verraten und wollte, glaube ich, eine eigene Bruderschaft aufbauen. Und das mussten wir verhindern. Was ist denn jetzt los? Warum werde ich überhaupt angegriffen, Alter? So, wer ist denn, man sieht es. Ich mache jetzt übrigens eine andere Quest. Und zwar von Molag Bal. Wir haben ja den Auftrag, einen Priester von Boizia zu diesem versteckten bzw. verlassenen Gebäude hinzubringen. Den müssen wir anscheinend erstmal bei der Duadendach-Schanze befreien. So ist zumindest meine Vermutung. Ähm, wir sind jetzt eigentlich mein wertvoller Freund, da. So, Schattenmane, mein Freund. Du musst mich jetzt genau dorthin bringen, wo ich hin will. Also das Galoppieren finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich geil einprogrammiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Guckt mal an, wie langsam er galoppiert. Hatte ich einen Schleich, nicht galoppieren. Ich bin jetzt hier einfach vorbei. Ey, ihr seid so scheiße. Stürb, Junge. So, ich will eigentlich nur noch schnell hin und dann abhauen. Also, äh, ausmachen, meine ich. Gibt's nicht eigentlich früher oder später auch eine Quest, wo wir, äh, uns mit Orks oder so anlegen müssen, beziehungsweise, wo wir uns ihn anschließen dürfen. Im Augenblick dürfen wir das noch nicht. Man kann sogar mit denen, glaube ich, sogar handeln. Ich bin auch gleich da, wie es scheint. Dann werde ich wahrscheinlich auch gleich aus... Äh, nicht ausmachen. Ich meine, speichern. So rum. Ey, wie ich das hasse. Aber gut. Das Lager soll hier gleich sein. Ach, da vorne, wie das aussieht. Ja, hier kommt ein Bär. Legt mich doch fett am Arsch. Oh, du sollst doch nicht ein Licht anmachen. Das ist nichts in der All hier. Stirb. So, mal gucken. Okay. Ja, du hast ein bisschen Sekt, ich weiß. Ey, Alter. Manchmal lasse ich schon zwei Sekunden Feuer los und er schießt erst. Ja, ich bin gleich tot. Willst du mich vielleicht veräppeln oder was ist das schon wieder? Ey, das kann doch einfach auch nicht wahr sein, ey. Klar, der Pfeil fliegt vorbei. Ey, das Spiel ist echt so scheiße programmiert. Ja, okay. Warte mal. Wo bist du denn? Ja? War da gerade ein europischer Feuer? Ja. Gut. Also anscheinend müssen wir den von hier befreien. Okay, die sind anscheinend dort drinnen. Mal gucken. Okay, ich höre jemanden. Mal gucken. Willst du mich, ey. Also wirklich, das Spiel will mich veräppeln. Ey, ich schieße daneben, obwohl ich raufschieße. Was für ein Schwachsinn. Also teilweise, weiß ich nicht. Will mich das Spiel echt verarschen. So, warte mal. Ich könnte ja eigentlich Magie nutzen. Ne, nicht Veränderung, wartet Illusion. Ne, nicht Veränderung, wartet Illusion, wartet Illusion, wartet Illusion. Okay. Hat anscheinend keiner mitgekriegt. Was schon mal gut ist. Ja, Mann. Geil. 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 Irgendwo rennt hier noch jemand drum, ja. Steh auf. So, warte mal. Zaubertränke. Ähm. Magie, warte mal. Magie, warte. Du sollst Magie, bitte. Zerstörung wäre geil. Ne, ist ja Blitzruhne. Ey, dass du hier mitunter stecken bleibst. Das ist so dumm. Und der Frostatronach. Also ich muss nur den komischen Typen gleich abmurksen. Mann, bewegt doch mal den fetten Arsch, danke. Und ich hab dich gespeichert, ne? Oh Gott. Schnell nach oben. Ja, scheiße war du Mistsack. Okay. Okay, das haben wir ja gut gemacht. Und da ist der eine Typ, den wir retten sollen. Oder, naja. War eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber wir retten ihn trotzdem. Kann man hier... Die einsame Wache. Mhm. Zaubertrank der Ausdauer. Was ist das denn? So. Höh! Ein Schädel, Entschuldigung. Jetzt wissen wir nämlich, wo die... ganzen... Abgeschworenen sind. So, und dann gehen wir erst mal nach oben. Wurde ich mal behaupten. Und helfen Mulak-Barl. Der hat ja schon gesagt, was er mit uns anrichten kann, wenn er will, ne? Ihr da. Seid ihr hier, um mich zu ermorden? Wollt ihr den mächtigen Logrolf töten, solange er gefesselt und wehrlos ist? Ich bin hier, um euch zu retten. Retten? Niemand wusste, wo ich bin und wann ich gefangen genommen wurde. Wer hat euch geschickt? Spielt das eine Rolle? Hier, 125 Goldstücke. Gut. Ich werde keine Fragen stellen. Schneidet mich los. Hier, lasst mich diese Fesseln lösen. Endlich frei. Und jetzt geht mir aus dem Weg. Ich habe etwas zu erledigen. So, wir müssen so im verlassenen Haus zurückkehren. Das machen wir jetzt auch. Ah, da ist eine Truhe. Elfenpfeile und Gold. Na, Gold ist immer gut. Wir hatten ja eigentlich ein bisschen mehr gehabt, aber ich brauchte ein paar Tränke. Wie abgeschworen, die hier rumliegen. Ha! Die sollen aufhören zu schlafen. So. Hatten wir mich auch gemacht. Okay, manchmal ist es vielleicht doch ratsam, mit Pfeil und Bogen rumzuballern. Ähm. Werde ich aber nicht immer machen. Aber gerade bei solchen Sachen ist es dann doch anscheinend besser. So, warte mal. Ähm. Ne, nicht Karte. Ich wollte eigentlich... Doch, Karte war richtig. Ich muss ja zurück nach Markath. Zum verlassenen Haus. Genau. Dort sollte ich dann mit Molag Bal reden. und eigentlich müsste er mir diesen Streitkolben gegeben haben. Mir war nämlich so, als hätten wir den bekommen. Ich war jetzt aber nur schon an einigen Punkten und hab mal geguckt. Ich hab diese Waffe nicht gefunden. Also entweder hab ich einen scheiß Speicherstand oder aber ich hab sie gar nicht gekriegt. Ich will euch etwas anvertrauen. Wir haben ein Mordkomplott gegen den Kaiser aufgedeckt. Und das kommt noch nicht. Also warte mal. Ich glaube, ich trage jetzt erstmal wieder von den Klingen den Helm. Ich weiß nicht, ob Molag Bal drehen ist. Okay. Genau. Geh nach unten. Scheiß Kerl. Mir war wie gesagt so, dass wir entweder was bekommen oder was bekommen hätten. Ich könnte mich halt auch komplett irren. Wo ist einer hin? Hinten lang war. Urlaub, denkt ihr, ihr könntet Boetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterblicher. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen Boshaftigkeit. Ah. Zermalmt Logrolfs Lebenswillen. Er soll sich ich mir unterwerfen. Cool. Okay. Dann habe ich das doch falsch in Erinnerung gehabt. Rostiger Streitkolben. Und Tschüss. Ich will dich nicht. Niemals. Ich werde mich nie ergeben. Okay, dann musst du sterben. Das hier soll sein. darf ich nicht von eurem zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Ich ergebe mich. Hey. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr den Mum dazu habt. Fester. So, dann muss ich mit ihm reden. Ich ergebe mich nicht. Dafür. Dafür. Ihr hättet nie herkommen sollen. Dafür. Dafür. Hättet ihr bezahlen. Aufhören. Aufhören. Ich ergebe mich, Mulagbal. Ich ergebe mich. Ihr wollt euch mir beugen. Ihr wollt mir eure Seele überlassen. Ja. Ihr wollt der Schwachen und bei Dauers Werten Boethia abschwören. Ja. Jetzt gehört ihr mir, Logrolf. Tötet ihn. Okay. Tötet mich nicht. Ich will nicht sterben. Tötet mich nicht. Ich will nicht. Tut mir leid. Der Streitkolben von Mulagbal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, sterblicher. Wisset, dass ich euch beobachten werde, wenn eure Feinde zerschmettert und blutend vor euch liegen. Habt Dank, Fürst Mulagbal. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Abwesenheit um das Haus. Und was hat er mit meinem Geld gemacht? Du Penner. Okay. Wir haben aber eine richtig geile, geile Waffe bekommen. Ich meine, wir haben nur schon ein paar einzigartige Waffen. Aber Streitkolben von Mulagbal. Alter, der bringt 30, 30 Schadenspunkte. Verursacht 25 Punkte Ausdauerschaden. Verursacht 25 Punkte Magischaden. Stubb, das hier innerhalb von 3 Sekunden füllt, ist ein Seelenstein. Krass. Ich glaube, den behalte ich erstmal. So, warte mal. Dann müsste ich jetzt eigentlich erstmal zum Museum gehen. Warte mal. Der hat mal gehabt. Ach ja, mit dem Skelettschlüssel müssen wir auch noch machen. Okay. Besuche das Museum von Dämmerstern. Genau. Da sind wir, glaube ich, in der letzten Folge auch lang gelaufen. Oder war es in der vorletzten? Naja, jedenfalls kriege ich da jetzt erstmal zurück und den mal Luki-Luki machen. Also es ist jetzt mein Haus, ja. So, warte mal. Ähm... Was muss ich denn jetzt nochmal machen? Ach ja. Das war, glaube ich, in Dämmerstern. das Museum besuchen. Okay. Jetzt war ein Dämmerstern. Also genau dahin, wo ich eigentlich jetzt gerade hingehen wollte. Und hier ist nämlich irgendwo das Museum. Ich glaube, es ist irgendwo da unten. Oh, nein. wie ich anfange, Drachen zu hassen in dem Spiel. da unten. Und hier ist es Wo soll ich denn jetzt hin? Ey, du Drecksack. Ey, ich hab'n wohl nach bald starken Steigkölben. Ähm. What? Hallo? Was hört euch los? Warum greift ihr mich denn an? Ey, ihr kleinen Missgeburten, Alter. Ihr sterbt noch heute, Drache. Das spielte mich manchmal echt komplett verarschen. Was soll denn das? Und warum muss man sowas unbedingt machen? Mann, hätten die mich nicht angegriffen, hätte ich den jetzt gleich platt gemacht. Aber nö. Ey, das ist so, ne. Das ist furchtbar. Ich geh jetzt von der Zuflucht aus denn hin. Mann, 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 Mann. Das hätten sie verändern müssen. Das kommt einfach zu häufig. Und das macht mich teilweise echt wahnsinnig. so, da ist er. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Mhm. Okay, klingt gut. Reden wir drinnen weiter. Ich glaube, er gehört nämlich zur dunklen Bruderschaft. Oder? Ich glaube schon. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglied... Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunis Dagon nach Tamriel zu bringen. zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Krass. Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Camoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunis Dagons Seite erwarten würde. Okay. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xarxes übrig geblieben ist. Dem von Merunis Dagon selbst geschriebenen blasphemischen Buch. Mankar Camoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden. Interessant. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Erst uns über die Sache reden, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunis Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Mhm. Wollt ihr, dass ich die Fragmente beschaffe? Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten Jorgen weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Okay. Mein Kurier hat mir dieses Pamphlet gegeben. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Mhm. Viel Glück bei der Suche nach den Teilen. Die mystische Morgenröte, ja stimmt. Die gab es nämlich auch. Ah, ist das schon lange her. Ach ja, Oblivion war geil. Bringe den Knauf von Merunis Klinge in deinem Besitz. Äh, und ich glaube, man konnte die später sogar noch benutzen. Mortal, genau. Und beim letzten sind wir uns halt nicht sicher, ne? So, ich bin gerade am überlegen. Bringe die Bruchstücke der Klinge, Merunis Klinge in deinem Besitz. Genau. Festung Bruchzahn. Also, ich würde sagen, wir können ja auf jeden Fall versuchen, äh, erst mal ein Teil der Klinge zu sammeln. Äh, oder zwei, je nachdem, wie ich das jetzt schaffe. Äh, und danach würde ich erst mal ausmachen. Ich müsste aber erst mal speichern. Fällt mir gerade so auf. So, speichern wir erst mal ab. Jo, danke sehr. So, irgendjemand soll nämlich die Klinge haben. Er? Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Och, nö. Es reicht. Ich habe Idroth eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder in eure Arbeit. Ich mache mich aus dem Stab. Das wird von der Wagen. Jemand muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Bitte bekommt von Jori keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Kommt schon, wehrt euch. Mann, ich wollte mit Jorgen sprechen, Mann. Hier drüben. Streckt ihn nieder. Vernichtet den Drachen. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Ihr habt euren Meister gefunden. Zum Glück geht er weiter. Manchmal tauchen nur noch Doppeldrachen auf. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Ich suche nach Teilen von Merunes Klinge. Ich weiß nicht, wovon er redet, Fremder. Tatsächlich. Silius, Visuius ist da anderer Meinung. Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn, mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Er hatte wohl recht. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat acht Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Okay, ich bezahle für das Heft 292 Goldstücke. Die Götter wissen, dass die Mühle ein paar neue Schaufelblätter gebrauchen könnte. In Ordnung. Er gehört euch. Hier sind die Schlüssel. Ich hätte natürlich auch töten können, aber ist ja Quatsch. Es sei denn natürlich, er greift mich jetzt an. Er hat Pech gehabt. Ein bisschen Kohle. Warte. Äh, da war gerade noch was. Man kann nämlich die Klinge auch stehlen. Er hat mir seinen Schlüssel gegeben, also bediene ich mich einfach mal, oder? Was würdet ihr da machen? Okay, gehen wir erstmal raus. Ich gehe jetzt nur noch den zweiten Teil sammeln. Oder das zweite Teil sammeln. Warte mal, Mordhals am nächsten. Hexenfelsen, Schanze. Toten Krienfelsen. Bring dir den Knauf und mir runes Klinge in deinem Besitz. Das ist eigentlich am nächsten, ne? Wenn wir nicht, müssen wir das halt bei der nächsten Folge machen. Man muss ja nicht übertreiben, ne? Schleckwarten, ne? Werkarbeiterunterkünfte. Niemand in Slackwart arbeitet härter als ich. Ich bin besser als jedermann. Das glaube ich dir aber nicht aufs Wort. So, warte mal. Wir müssten die Brücke da entlanglaufen. Ich hoffe, wir haben auch ein bisschen Glück, ne? Und dass nicht schon wieder ein Drache angewurschtet kommt. Vielleicht benutze ich auch gleich nochmal einen Bogen, je nachdem. Irgendwo da soll die Person sein. Irgendwo müsste ja gleich einen Weg lang gehen hier. Hier zum Beispiel nach rechts. Wenn ich speichere ich beim Eingang, dann ist das gut. Das ist wieder ein Fuchs oder sowas, ne? Ich werde gleich nochmal abspeichern, aber erst nachdem wir dort angekommen sind. Renn, mein Fuchs, renn! Ach, wie ich es hasse, Alter, vom Wölfen angegriffen zu werden. Kein Seelenstein ist groß genug? Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Scheiße. Das war von dem Abgeschworenen eine richtig heftige Basis. War das nicht so? Also, ich glaube, das müssen wir erst bei der nächsten Folge machen. Weil das schaffen wir jetzt nicht mehr. Selbst wenn ich jetzt gut kämpfe. Warte mal, warum ist hier keiner? Okay, warte mal. Ich kann ja mal kurz... Renn ruhig ein bisschen hin und her. Ich bin ein Arsch. Ich hätte gerne lautlos getötet, aber das geht mitunter nicht. Ihr wollt ja ein bisschen Abwechslung haben, habt ihr mir gesagt. So, warte mal, ich werde mal eine andere Waffe benutzen. Oh, schön, wa? Ja, scheiße, dass man so schnell stirbt. Ich glaube, er wollte gerade sagen, wir bringen es zu Ende. So, Leute, ich werde jetzt ausmachen, denn, nachdem ich die Kiste geöffnet habe. Bild da Mondstein, okay. Also anscheinend müssen wir da reingehen. Oh, ich gehe jetzt erstmal da rein. Genau, ich gehe jetzt erstmal da rein. Und dann würde ich sagen, machen wir aus, Leute. Ja, Leute, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein wurdet. Hier bei Skyrim. Bis dann, möchte ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis dann und tüüüü. Bis zum nächsten Mal.